Ich heiße Alice und mein Nachname ist Laurent. Ja, schön. Gut. Wo wohnst du? Ich wohne in Versailles. Du wohnst in der Schweiz? Nein, ich wohne in Versailles. Genau, in Frankreich. Versailles. Gut. Und ich wohne in Mailand. Weißt du, wo Mailand ist? Nein. Mailand liegt in Italien. Italien. Gut. Und du kommst in eine neue Schule? Ja. Wie heißt deine Schule? Franqualmo. Meine Schule heißt Santa Agnes. Ja. Und in welche Klasse gehst du? Ich gehe in die Klasse CM1. Freust du dich? Ja. Schön. Ja. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine beste Freundin. Sie heißt Eugenie. Gut. Eugenia. Gut. Ein schöner Name. Erzähl mir etwas. Sag mir etwas über deine Freundin. Sie mag spielen. Mit dir? Ja. Mit dir? Und was spielt ihr? Lehrerin. Und jetzt deine Familie. Kannst du mir erzählen? Hast du eine Schwester? Ja. Erzähl etwas über deine Familie. Meine Mutter heißt Xenia. Sie mag schwimmen und spazieren. Ich habe einen Vater. Er mag schlafen. Ich habe eine Schwester. Sie heißt Olivia. Sie mag spielen Ball. Und wie alt bist du und wie alt ist deine Schwester? Ich bin neun Jahre alt und meine Schwester ist eins Jahre alt. Mhm. Sehr schön. Und hast du auch Tiere? Haustiere? Ja. Ich habe eine Katze. Sie heißt Miau. Sie mag Pastete und sie kann gut springen. Ich habe leider keine Katze. Das ist dein Lieblingstier. Mein Lieblingstier ist das Pferd. Oh, wie schön. Du kannst reiten? Ja, ich kann reiten und ich mag reiten. Und wie lange schon? Äh, zwei Jahre. Mhm. Schon zwei Jahre. Hast du auch reiten gelernt? Ja. Ich kann reiten. Und wie oft reitest du in der Woche? Oh, ich wollte noch fragen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Oh, sehr schön. Grün wie der Frühling. Ja. Sag mir, was du wünschst. Ich wollte ein Pferdesushi essen und Pyjama Party. Danke schön. Auf Wiedersehen. Alles Gute für die Prüfung. Danke schön. Vielen Dank.